Nach den Dreharbeiten zu »Kampf der Reality-Stars« erfreut sich Emmy Rass unter den Mitkandidat. Innen offensichtlich keiner großen Beliebtheit. Heute wird Reality-Star Emmy Rass, 23, zum Cast des RTLZ-WII-Formats »Kampf der Reality-Stars« ausscheiden. Zu dem unter anderem Paul Janke, 41, Antonia Hemmer, 23, oder Sarah Knappig, 36, zählen. Nach den Dreharbeiten zur Sendung im Januar dieses Jahres wollen einige Kandidatin offensichtlich nichts mehr mit ihr zu tun haben. Reality-Star Emmy Rass polarisiert Ja, Emmy Rass machte im Fernsehen bisher nicht gerade durch Kuscheln auf. Gleich in ihrer ersten großen TV-Show »Beauty the Nerd«, 2020, ProSieben, legte sie sich mit Konkurrentin Kim Schiele, 23, an, bei »Promi Big Brother«, 2020, satt. 1, krachte es zwischen ihr und Alessia Herren, 21, und nach »Promis unter Palmen«, 2021, satt. 1, herrschte zwischen ihr und Elena Miras, 30, bekanntermaßen Eiszeit. Auch im »Kampf der Reality-Stars« wird Rass für einige Kontroversen sorgen. Wie im Trailer der gerade gestarteten »Viertelstaffel« zu sehen ist, fällt die Hamburgerin mal wieder mit lauten Drohgebärden auf. Die haben offensichtlich ein Nachspiel, wie Rass, die in Spanien lebt, ihren Follower »Innen« auf den sozialen Netzwerken mitteilt. Emmy Rass aus »Kampf der Reality-Stars« Gruppe ausgeschlossen. Wie Rass auf Instagram erzählt, habe sie von einer WhatsApp-Gruppe erfahren, in der sich alle anderen 21 Kandidat »Innen« des Reality-Formats befinden, außer ihr. Direkt nach Drehschluss wurde von einer Kandidatin eine Gruppe mit allen anderen Kandidaten erstellt. Alle sind in dieser Gruppe drin. Und jetzt ratet mal, wer nicht gefragt wurde? Ratet mal, wer einfach ausgeschlossen wurde? Ja, ich, berichtet sie pikiert. Dieses Verhalten empfinde sie als hinterhältig. Wochenlang habe ich nichts von der Gruppe gewusst, bis eine andere Kandidatin mich gefragt hat, warum ich da nicht drin bin, so Rass weiter. Wir sind gespannt, wie es sich Rass am thailändischen Starrstrand mit den anderen Teilnehmer »Innen« verscherzen wird. Sobald ich in die Sendung komme, gibt es Unterhaltung bis zum »Geht nicht mehr«, verriet sie auf Instagram selbstbewusst. Allerdings müssen wir uns noch ein wenig gedulden. In Folge 2, die am kommenden Mittwoch, 20.15 Uhr, auf RTLZWEI im FreeTV läuft, stoßen erstmal Eva Benetatou, 31, und Julia Siegel, 48, zum Cast.